Hamburg, einzigartige Metropole, einer der pulsierendsten Wirtschaftsstandorte Europas, das Tor zur Welt. Dort, wo immer noch das Herz der Hansestadt schlägt, unmittelbar am Wasser, mitten im Hafen, liegt ein in Europa einzigartiges Messe-, Event- und Kulturzentrum. Einfach und schnell erreichbar. Die schönste Anreise ist der direkte Weg übers Wasser, von den Landungsbrücken aus. Eine Überfahrt, die einstimmt auf die Faszination denkmalgeschützter Hafenromantik. Oder aber mit dem Auto durch die Hafencity und die malerische Hafenkulisse. Willkommen im Schuppen 52. Schuppen 52. Zu Kaisers Zeiten Hamburgs modernste Umschlaganlage für hochwertiges Stückgut. Mit dem Siegeszug des Containers frei geworden für eine neue Zukunft. Und die heißt, wandlungsfähiger Rahmen sein für bis zu 3000 Festgäste. Eine die Fantasie beflügelnde Bühne für Veranstaltungen aller Art. Von anspruchsvollen Produktpräsentationen und exklusiven Gala-Dinees über Kongresse, Tagungen bis hin zu Konzerten, Firmen und Familienfeiern. Ich möchte Herrn Gerresheim ganz herzlich danken, dass er uns diesen Ort zur Verfügung gestellt hat und dass wir hierher mal gekommen sind. Tolle Gegend, macht Spaß. Liebe Gäste hier im Schuppen 52 zu Hamburg, es war es schon fast. Der erste deutsche Radiopreis ist verliehen. Die eindrucksvolle Halle mit stilgerecht erneuertem Holzgebälk und original getreu restaurierter Eisenkonstruktion steht bereit für jede Festlichkeit. Hunderte von Planern und Helfern arbeiten wochenlang oft bis in die Nacht hinein daran, den dekorativen Rahmen zu schaffen. Möglich ist annähernd alles, was gewollt ist. Die Technik setzt der Erfüllung von Kundenwünschen kaum Grenzen. Events zu gestalten, ist eine Frage von Fantasie und Erfahrung. Beides bildet die Basis der Erfolgsbilanz von Gerresheim. Weit mehr als 20.000 Veranstaltungen seit der Firmengründung 1976. Das darf nie zu einer Routine werden, sondern das muss immer mit Herz organisiert werden. Wo auch immer, wann auch immer, wie auch immer. Gastgeber zu sein für Menschen, die gastronomische Leistungen auf hohem Niveau zu schätzen wissen, ist unsere Leidenschaft. Feste wollen erlebt werden und sie sollen nachhaltig in Erinnerung bleiben. 300 qualifizierte Mitarbeiter stehen für die Inszenierung bereit. Eine Inszenierung, die eine Bühne hat. Hamburger Hafen, Schuppen 52.